So. Dann würde ich sagen machen wir nach dem erfolgreichen ESR-Turnier noch ein paar Crates übrig. Ich glaube ich lasse eine übrig für Louis. Ich weiß nicht ob wir die Christmas Crate oder Velocity aufmachen. Mal schauen. Aber ich finde im Moment die Velocity Crate echt einer der besten Crates. Gerade die beiden Gold Explosions. Nein, mir geht ja. Hier die beiden. Die hier und die Dragons sind einfach zu sick. Ich will halt eine davon haben. Jetzt hat man die Gold Explosions mit der Grund. Nice. Nice. Uuuuh. Equalizer. Nice. Sehr schön. Gut. 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 Dann fielen wir ganz in Ordnung. Aber ich habe eine Gold Explosions. Ich habe eine Gold Explosions. Die neue Karre wäre auch interessant. Ich hatte halt Domino-Sitbox. Er ist natürlich belastend. Hä? Was ist denn das? Painted Certified in Rot. Hm. Kann man machen. Muss man nicht. Kann man machen. Aber Dominos. Nee. Hm. 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 Genugfältig Waste. Endo-Dised. Endo-Dised ist halt übelst nice. Das ist ein scheiß Endo-Ding. Ich habe mal einen Changer bekommen. Das ist dasselbe dann halt. Nicht unbainted. Gibt uns eine Gold Explosions, Mann. Ich will die haben. Oh. Nein. Nein. Warum? Oh. Mann. Äh. Game von Rocket League, please. Gib mir was Gutes einmal im Leben. Boah, ey. Triggern die Dinge so. Not even close. Oha. Der kommt jetzt hier auch noch auf. Da hast du Dragons. Gib mir Dragons. Die sind halt echt einfach geil, die Call of Duty Explosions. Kannst ja nichts gegen sagen. Sind die Painted? Ne. Ja, gut. Äh, ja. War ein semi-erfolgliches Great Opening, würd ich sagen. Ist ja dann lucky. Ähm, ja. So, die Farben kann ich auch noch eben zeigen, wenn du willst. Nicht cool, Alter. So.